Diese Mädchen sind mein Kryptonit und du hast mich gerade noch gerettet. Ich steh tief in deiner Schuld, Arsch, Held. Was ist dein Kryptonit? Oh Gott. Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien, emotionale Traumata. Na, komm, es muss doch was geben. Ich bin doch auch... Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arsch, Kind. Mir könntest du's sagen. Ähm... Zeig mir mal dein Charakterprofil. Oh Gott. Das ist eine wichtige Entscheidung und er muss ein Leben lang leben. Bis das enden. Bis das enden. Was ist mein Kryptonit? Nee, kriegst mich nicht mehr. Ich fällte Vampiren. Nein, Ninjas. Ich mein, ich bin ein schneller Typ. Ich spiel alte Leute, das ist mir mal ganz klar. Alte Leute, das ist mein Kryptonit. Ich konnte zwar mit der alten Dame gut klar, aber weil sie nett war, denn sie fies, wäre ich wieder keine Chance. Ja, alte Leute sind verleglich mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Das kann ich immer wieder tun. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito, mach ne Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Cool, Freund. Moskito. Ah ja, äh, hupf. Wähle, äh, 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 aus dem Entfernwissen drücke, aah. Also, Äh. Hallo, wo sind die blöden Viecher? rechte perfekte da komme ich jetzt noch nicht hin Jetzt muss ich aber aufpassen beim Almen. So, hey Neuer, komm vorbei, dann arbeiten wir an deinem Outfit. Du brauchst echt Hilfe. Echt der Super-Fashion-Notfall. Hey Schwanzgesicht, Ju und deinem Super-Freund müssten besser vorsichtig sein. Ähm... Es gibt sogar noch mehr. Machtvolle Arschkopf, die alte Leute. Oh, die 8 Redenskopf, 4 von 8. Ja, das ist ja schon fertig. Oh, das ist ja schon fertig. Oh, das ist ja schon fertig. geboten wo haben wir denn jetzt hier unsere fashion frau die war die Mädels Okay, da will ich noch aufträgen. Obwohl habe ich hier noch irgendwo. Warnung, Sie haben fünf Sekunden. Da kommt auch noch einer rein. Wie komme ich denn da oben hin? Vor komme ich den Jungen Kai als... Nee, nee. Ah, hier kommt es kommt noch. Nicht hin dahin, komm mal. Oh, oh, oh. Baut doch keiner. Oh nein. Erinnerst du Detective Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja, ich erinnere. Downtown lieb ich. Ich erinnere. Ich habe die Folge nicht gesehen. Ich kenne das nicht mit diesem Insider. Tut mir leid. Pass auf, mit wem du redest. Die quatschen dich hier mit ihrer gesamten Krankenakte voll. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das mache ich nicht. Das ist mein Kryptonit. Das ist eine Falle. Da gehe ich nicht hin. Das ist mein Kryptonit. Da gehe ich noch nicht hin. Ich habe mich einmal dieser Angst gestellt. Die war auch gut mit einem Selfie und so weiter. Aber ne. Jetzt ist mein Kryptonit. Das hat er nicht durch. Oh man. Ich will Tullescheid besiegen. Oh nein, da schon wieder Lava. Okay, da komme ich hin. Okay, da komme ich hin. Ich brauche das Speed Limit. I'm a Speed Star. Ja. Wenn ich hier wieder dahin gehe, verschwinde ich bestimmt wieder, ne? Ja. Ja, das kriege ich nicht. Die sind nicht lockerer. Kannst du mir noch mal helfen, wenn sie mir vom Halt schaffen? Heute könnte es eine Falle sein. Ich gehe da hin, es kommt noch mal die Prügelei. Ich will jetzt spielen mit ihnen. Sie sind ein minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten sie zurück oder sie werden terminiert. Okay. Okay. Okay, oh shit, 5 Leute, zeig uns was du drauf hast, okay, ähm, das wird total, nein, oh, Das gibt garantiert eine Narbe, oh mein Gott, das wird so ein Spaß, ich nehm meine Blutprobe, alter, du übertreibst brutal, friss nun weg, Blutgruppe A, du bist bestimmt ein Klugscheißer, Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieh ich gerne vor. Okay, jetzt fände ich nicht schon mal eure Leute, äh, ein Neuer, Spieler. Nein, zu früh, nee, weh. Oh, nein. Nein. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die nur Tights tragen müssen. Was geht das zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Könnt mir nicht egaler sein. Genau so, mit Köpfchen. Nicht Köpfchen. Okay. Nein. Ich hab übrigens voll in dein Essen gespuckt. Nein. Ah, Blutgruppe B, du bist sicher ein echter Party-Hankst. Das Böse fürchtet die Kaltbläser. Halsalos. Okay, ich bin immer noch aus dem Recht. Ich hab mir ein bisschen Blut. Du bist echt übertrieben. Ich sag mal auch für dich, Alter. Ich kann gerade nicht mal an Tengi-Tengi-Wings denken. Nein, zu früh. Egal. Brennende Haare, mir ist der Blutdurst vergangen. Oh Gott, nein. Nein. Nimm das, Zizi. Nein, oh Gott, ich muss achten. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Nein, boah. Ich hab mich draufgeachtet, ich bin immer noch verzaubert. Gleich kommt der Schwarm! Es ist Blut. Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn das Kalt. Ah, da solltest du Salbe drauf tupfen. Mein verdammter Zugmann. Okay, jetzt bist du dran. Oh Gott. Nein. Okay. Okay. Jetzt bin ich wieder vor dem Game. Okay, okay. Okay, okay. Okay. So war ich die Attacke. Wenn ich auch nur einen Müffensstich abkriege, spiele ich nicht. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das wollte ich jetzt überhaupt nicht so sagen. Alter. Oh, bist du da drin? Oh, noch neun weitere Races mehr jetzt. Was geht's nicht, wenn du stücken willst? Was geht's nicht, wenn du stücken willst? Was geht's nicht, wenn du stücken willst? Ja. 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 Die Feuerfritten dazu. Ich mach nur Selfies mit Assassinen. Da steh ich total drauf. Ja. Du musst die ersten Selfie-Pass besorgen. Ja. Wie viel kostet der? Ja. Wir haben neue Sachen, Arschloch. Flasche mit Orgasmus-Kraft 20 Dollar. Ja. Ja. Ja, für jeden einzelnen. Hey, ich hab was besseres zu tun. Nicht mit dir Rätts zum Beispiel. Ich geh auf 75. Ich geh auf 75. Dallalas aus mit dem Selfie zu machen. Alter. Ich geh auf 75. Du kriegst Buffalo-Bomben mit Lavasauce? Ihr mögt es echt scharf. Wir mögen richtig scharfes Essen. Ja. Genau. Wie kann ich das eigentlich herstellen? Crafting. Okay. Wir kämpfen für alle unterdrückten Girls der Welt. Okay, okay. Ich wollte es haben. Ich möchte nochmal gegen die Kämpfe. Aber diesen epischen Kampf werdet ihr erst in der nächsten Folge zu sehen bekommen, wenn es wieder heißt, Bitches gegen Kloppe. Bis dann. Bis dann. So, Leute. Das war es mal wieder mit der heutigen Folge ist Hauspark. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen reingehauen. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.